Für Bayern Münchens Mats Hummels ist Virgil van Dijk vom kommenden Champions League-Gegner FC Liverpool im Moment der beste Innenverteidiger der Welt. yeshttps-doppelpunkt-flash-slash-d.co-wzqzt2jewa, Mats Hummels, at Mats Hummels 12 Januar 2019 in einem Coup. Der deutsche Rekordmeister trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, wo es zum direkten Duell zwischen Hummels und dem niederländischen Nationalspieler kommen könnte. Jürgen Klopp